Willkommen meine hochwerten Total Warhammer 3 Mod-Freunde zum Mod-Montag hier auf dem Hamster-Kanal. Und heute bekommt ihr ein Total Overhaul der Dunkel-Elfen-Kampagne. Denn vielleicht gibt es den ein oder anderen Elfen-Freund, auf jeden Fall sehr viele Leute dabei, die gerne Elfen geschlachtet sind. Aber heute gibt es die Dunkel-Elfen, denn einer der Patreons hat doch mal gefragt, hey Hasi, wer ist denn, machen wir wieder eine Dunkel-Elfen-Kampagne? Und da sage ich erstmal, ja klar, warum nicht? Nur Dunkel-Elfen-Normal machen wir nicht. Wir machen direkt einen Total Overhaul. Und deswegen habe ich für euch eine Mod-Kollektion erzeugt. Das ist Hamsters-Dunkel-Elfen-Kampagnen-Pack. Das Pack ist da, es wird direkt gepublished, boom, jetzt live im Video. Indem ihr einen Sack voller Additionen für eure Dunkel-Elfen-Kampagne bekommt, um die Dunkel-Elfen interessanter zu gestalten. Um euch einen kurzen Einblick zu geben, also Link in der Videobeschreibung, bekommt ihr nicht nur eine Morathi, die nochmal ein Hauch sexy aussieht als davor, nicht viel, aber letzten Endes ist ihre Rüstung jetzt ein kleines bisschen anders gespiegelt als vorher. Es gibt neue Fähigkeiten für die Generäle. Das heißt, wenn ihr hier einen Kommandant rekrutiert, dann habt ihr jetzt nicht nur die Möglichkeit, dass er ganz normal gelevelt wird. Das ist alles nämlich ziemlich langweilig. Und daran merkt man, dass die Dunkel-Elfen schon ein bisschen alt geworden sind. Ihr habt jetzt zum Beispiel die Dunkel-Elfen-Götter. Das heißt, ihr könnt eure Generäle an verschiedenen Dunkel-Elfen-Gott widmen. Atari, Anathrema, Morai, Hag, Mothlan, Eldrazo und so weiter, der euch diverse Buffs und auch Debuffs gibt. Und wenn ihr Level 10 erreicht habt, könnt ihr euch einen Namen der Macht, Dame of Power geben, um eure Armee oder eure Kampagnenfähigkeiten zu verbessern. Was das ist, ist ein bisschen randomisiert. Und das sind schon mal ein paar kleine, nette Boni. Außerdem ist mit dem Rahmen dieser Mods, die ich euch hier in das Paket packe, der Haufen an Erforschung nochmal aktualisiert wurde. Das heißt, ihr habt 31 zusätzliche Erforschungsmöglichkeiten, um ein paar mächtigere oder interessantere Forschungsrichtungen zu gehen. Zum Beispiel hier seht ihr Dressed for War, Raise the Black Flag, Backexploit Forts, nach oben und nach unten, Legacy of Kain gibt es außerdem noch für Führerschaft gegen Hochelfen und Rang für Kainitsch-Assassin, wenn ihr alle gerne mit mehr mit Assassinen durch die Gegend lauft und Gegner schnetzelt. Außerdem habe ich euch natürlich auch noch den Warband-Mod mit reingepackt, weil ich den persönlich sehr, sehr liebe. Das heißt, ihr könnt eure Schreckensperre upgraden auf Corsan der Schwarzen Eiche und von da Richtung Henker von Haganeth gehen und Hexenkriegerinnen können auf Schwestern des Gemetzels aufgelevelt werden. Und ähnliches Geld, geht ein bisschen für Dämonen, aber auch mit Kablerie. Und mit dem ganzen anderen Kram, den ihr dabei habt. Ihr bekommt auch einen Kultisten, ein Pleasure-Kultist. Das ist der Kultist, der normalerweise für Slanisch gedacht ist. Der ist auch jetzt nun rekrutierbar. Ihr bekommt etwas bessere Garnisonen, die schon dabei sind. Das könnt ihr auch in eure bisher laufende Kampagnen zufügen. Das heißt, ihr wisst ja, die Garnisonen sind, wie alles, was Belagerung angeht, noch so ein bisschen meh bei Tolo Warmer. Und dieser Mod gibt euch leicht stärkere Garnisonen als davor. Dann habt ihr eure eigene Währung. Moment, was haben wir hier? Das ist tatsächlich... Genau, es sind Druki Sovereigns. Okay, ob das jetzt Goldmünzen sind oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber sie sind ein kleines bisschen anders. Ja, User Interface Improvement. Das ist mir persönlich immer sehr wichtig, den dabei zu haben, weil der zum Beispiel dafür sorgt, dass Aufbauen und Abreißen rot und grün sind und nicht alles rot. Den Nebel des Krieges, den mache ich auch immer gerne dazu in das Mod-Paket, damit ihr auch mal reingucken könnt, was die restliche Welt so macht. Die besiegte Legendäre Lords eurer eigenen Fraktion könnt ihr mit dem Recruited Defeated Legendary Lords dann zu euch in die Fraktion holen. Mit dem Dismemberment Overhaul können auch den Organik-Köpfe abgeschmettert werden. Hier habt ihr noch das Expanded Roster Dark Elfs. Das heißt, ihr bekommt hier mit diesem Mod ein paar extra Einheiten dazu. Wenn ihr in den Gebäusebrowser geht, könnt ihr sie auch finden. Also hier werden die Dunkelelfen auf den Stand des, glaube ich, achten Editionsregelwerks gebracht. Ihr könnt auch einige Dämonen rekrutieren. Wo sind sie? Blutquallstreien, Ritter der Nacht, Geschoss, Blutquall, Medusa, Seedrache, Magmadrache, Schwarzer Drache, Heldrake, Pack, Kriegshydra, Wildermatikor, die kennt man, Geisterkopf und Streit machen. Moment. Gucken wir mal kurz nochmal rein, was wir noch haben. Die Götter der Dunkelelfen, das habt ihr gesehen. Das heißt, ihr könnt euren Dunkelelfen-General jemandem widmen. Wenn ihr in Expanded Roster Dark Elfs reingeht, dann seht ihr eine Reihe. Also es sind besonders legendäre Einheiten, die hier dabei sind in dem Mod. Nämlich die Hunters of Anathremar, die Towermasters, Lords of Oblivion und den Magmadrachen könnt ihr hier sehen. Also hauptsächlich legendäre Regimente. Außerdem bekommt ihr zusätzliche Landmark-Gebäude für die ein oder andere Siedlung, die ihr erobert. Und zwar für die Dunkelelfen. Gucken wir uns mal an, welche das ist. Und die könnt ihr hier sehen, die verschiedenen Landmark-Gebäude, die ihr erbauen und erobern könnt. Und Forest of Gloom, Doomglades, Warheart Camp, Raided, Etain, Wald des Glooms, Doomglades. Okay, das steht jetzt alles. Der Hexenwald, den kann ich noch verstehen. Den Schrein des Loic, Ackandor auf der Grenzkraftschaft. Also diverse Möglichkeiten, ein paar neue Gebäude zu bauen, die euch ein paar mehr Boni in der Kampagne geben. Daneben haben wir noch die längeren Sperre für die Dunkelelfen, war mir persönlich wichtig. Gucken wir uns gleich noch an. Was ich auch sehr interessant finde, ist, den Bereich des Slanisch ein bisschen weiter zu optimieren. Das heißt, mit diesem Mod, Morathi Can Seduce Units, könnt ihr nun auch Einheiten auf eure Seite ziehen, wie es normalerweise für die Slanisch-Fraktion da ist. Ich habe hier noch ein paar extra Fraktionen mit reingeworfen, weil ich es immer schön finde, mehr Abwechslung mit Kampagne zu haben. Deswegen kriegt ihr die Over-and-Lost-Faction Albions und Over-and-Lost-Faction Fime dazu. Und den Estalia-Fraktionspaket von Red dabei. Ein paar weitere Einheiten für legendäre riesige Monstereinheiten. Mervins, Seedrachen und Lotern-Skycutters. Kultisten des Pleasures sind nochmal ein bisschen schöner, weil ihr habt ja jetzt einen dazu bekommen. Und wenn ihr einen gegnerischen legendären Lord besiegt, habt ihr nun extra andere Boni, als die langweiligen, die wir momentan haben. Nochmal eine extra Fraktion, ja, die geblutete Vampire. Mixus, legendäre Lords und Lord Assets für mehr legendäre Lords und den Unlocker Plus. Außerdem den Piraten der Saltosa-Überarbeitung und den Eisernen Koloss von Nullen, den ich immer gerne dabei habe, weil ich hoffe, irgendwann werde ich einem Fullsteck dieser Eisernen Kolosse begegnen. Und dann werden wir eine unglaubliche Freude haben in der Kampagne. So ist jedenfalls meine Hoffnung, meine hochverehrten Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich glaube, hier sind dann diese anderen legendären Regimenter drin. Okay, ich muss selbst die Kampagne mal bis zu Ende spielen. Ich weiß, kein Spaß, um mal zu sehen, wo wir diese anderen legendären Regimente bekommen. Und da seht ihr sie direkt auf dem Schlachtfeld. Die Wohltat der etwas längeren Speere, der, wie was sag ich, nochmal, genau, Schreckensspeere, sehr passend. Und hier im Hintergrund haben wir die deutlich interessante aussehende Morathi. Wie deutlich interessanter als davor, meiner Meinung nach. Ja, und das ist der Dunkelelfen-Mod für eure Kampagne. Wenn ihr mal wieder ein bisschen was Interessanteres an Dunkelelfen, Generälen und Helden sehen wollt, es sind neue Einheiten dabei. Wir springen jetzt auch mal gleich rein in die Monster-Einheiten, die noch dabei mit reinkommen in diesen Mod. Und da wären wir direkt in der Schlacht. Morathi hängt hier oben in der Gegend rum. Ist immer noch leicht bekleidet auf Salofet. Wir haben einen neuen Helden, Koran Darkhand. Nimm diese Helle Barde und mach alles. Ist außerdem als legendärer Held dabei. Mit Debuffs für den Gegner um sich herum. Und hier kommen die interessanten Einheiten, die mit diesen Mod-Paketen dazukommen. Das Helldrake-Paket. Rüstungsdurchdringend, entsetzend, verursachend und wild. Besonders stellen sie sich auch heraus durch ihren Mangel an Armen. Und Mangel an großen Flügeln, um zu fliegen. Das heißt, die optimale Kombination aus Schlange und Vogel oder Fledermaus. Dann haben wir schon einen anderen, den Magma-Drachen. Den haben wir vorher auch schon gesehen. Der sieht ziemlich rot aus. Könnte dem roten Herzog gehören. Angst entsetzen, Feuerangriff spuckt. Dann haben wir den Pago-Würm. Der sieht aus wie ein Oxiote. Oh je, hallo, hallo, wie geht's? Der Atem war schon mal besser. Außerdem Nahkampfangriff, Reduktion um sich herum und regeneriert sich. Dann haben wir noch einen Seedrachen. Der sieht auch so ein kleines bisschen lustig aus. Seine Arme sind dabei, sich zurückzuentwickeln. Aber ab und zu, um größer zu wirken, faltet er sie noch zu den Seiten aus. Macht mir auf jeden Fall deutlich mehr Angst als bevor. Sky-O-Wurm, Anti-Groß, Monster-Vieh mit Führerschaftsreduktion um sich herum. Und ein Paket aus vier Drachen. Die Lords des Oblivion. Der Oblivion, wie ein Videospiel heißen sie. Die Herren der Vergessenheit. Jeweils allerdings nur 8500 Lebenspunkte in Summe. Das heißt, gerade mal halbwegs so viele Lebenspunkte wie Moratia doch weniger, oder? Ja, Moratia hat 4500. Ja, aber das bedeutet auch die Arme hier. Dieser Paragruf-Wurm hat deutlich mehr Lebenspunkte als diese vier Drachen zusammen. Aber das ist halt so ein Balance-Ding. Sonst wären die ja fast unbesiegbar. Das ist so ein bisschen wie Royal Hippogryph Knights der Bretonen. Oceana-Sche-Wache, Arganeth-Executioner mit normalen Extraskill-Wahnsinn des Kaisens. Und der Wildheit des Kaisens, die ihnen physische Resistenz geben, wenn sie eine Weile im Kampf gewesen sind. Ja, aber ein ganz, ganz kleines Turmwächter-Regiment, die alle so ein bisschen aussehen wie Malek. Die gefallen mir persönlich besonders gut. Ansturm erwidern. Angriffsbonus ist nämlich nicht so groß, aber es sind tatsächlich Wacheinheiten. 100 Rüstung, Silbenschilde, Nahkampfabwehr 65, Rüstungsdurchdringend. Also die halten die Linie auf jeden Fall sehr lange. Vor allem sind so wenige Modelle. Gerade mal 24 und dafür für eine Infanterieeinheit mit 5000 Lebenspunkten nicht schlecht. Dann haben wir Schattenläufer. Die kennen wir, glaube ich, von den Hochelfen bereits. Hier bei den Dunkelelfen machen sie auch manchmal mit. Schwestern des Gemetzels sind keine neue Einheit. Genau wie die Hexenkriegerin. Ich habe mir noch überlegt, ob ich einen Mod für ihr Aussehen machen sollte. Aber die haben mir nicht so gut gefallen. Deswegen habe ich es gelassen. Die Jägerin. Oh, meine Güte. Oh je, das darfst du mich besser nicht zu nah hin. Jägerin von Anna Threema. Mit Wurspehren. Bonus gegen Groß und Rüstungsreduzierend. Allerdings eher Fernkampfeinheit. Im Nahkampf werden sie wegen der mangelnden Rüstung und der mangelnden physischen Resistenz leicht zerhauen. Und weitere Jägerinnen. Ich habe sie zweimal mitgenommen, weil sie so cool sind. Und man kann irgendwie im Laufe der Kampagne noch ein paar Ungor-Thrals und weitere Tiermenschenregimente rekrutieren. Die sind allerdings nicht wirklich sonderlich gut. Ihre Nahkampfabwehr ist absolut erbärmlich und werden wahrscheinlich ziemlich schnell kaputt gehen. Werden allerdings angeführt von einem Dunkelelfen-Offizier oder Peitscher. Wie der alleine sie alle hier unter Kontrolle bringen kann, sei mal dahingestellt. Die gibt es übrigens auch ein. Aber er schafft das irgendwie. Und er schafft das sehr, sehr gut. Und diese Kampagne wird es in den nächsten Tagen auch auf dem Hamsterkanal geben. Dann kann ich mir euch erklären und sagen, wie gut sie eigentlich dann funktioniert. Und wie viel Spaß ich damit habe. Falls ihr einige Ziele für die Kampagne mit Morati haben, vorschlagt, schreibt es mir gerne in die Videobeschreibung. Und damit meine ich in die Kommentare unter das Video. Und ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat dieses andere Mod-Paket auch gut gefallen. Wenn das gut ankommt, dann mache ich das gerne häufiger. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wie gesagt, den Link zu diesem Mod-Paket, insbesondere langere Speere für die Dunkelelfen, findet ihr in der Videobeschreibung. Macht's gut und noch eine schöne Woche. Ich bedanke mich fürs Zusehen.